Alter, er hat echt zwei gemacht, ne? Digga, Water, du bist doch verrückt, ey. Boah, jetzt. Wir gehen ins Erste rein. Footbirthday. Eusebio. Kack. Oh, Big Pull im Ersten. Du bist doch verrückt, Water. Jezzinio. Was kostet der Mann noch? Diga. Drei Millionen. Und da ist direkt der Drei-Millionen-Spieler. Water, Digga, hier oben. Und der Zweite. Normale Prime. Kräuf. Okay, Zweite ist ein Bruch. Aber trotzdem, Bruder. Crazy. Das war echt krass. Bruder, was ich geredet habe. Ehrlich? Okay, wir gehen ins nächste Icon Pack rein. Kurz Morte abbrechen. Schauen wir mal, Prime Icon, Frankreich. Jo, und Bruch. Und Bruch. Aber ich sag jetzt ehrlich, noch nie jemanden gesehen, der so schnell ins Icon Pack reingegangen ist. Ich glaube, ich sollte das nicht so machen, weil Ori schwer. Okay, wir haben zwei Icon Packs bei Daniel als nächstes. Oh, Toti? Phantas, ja? Ist gut. Phantas ist gut. Eddie ist gut. Ist bester Keeper im Spiel. Und das zweite Pack. Prime Icon. Kräuf? Ah, Bruch. Bruch, 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 Bruch. Mit Frankreich hat es in Südtirol. Nächstes Icon Pack bei Leroy. Lass mal knäxeln. Prime Icon. Das ist ein Bruch. Blanc. Laurent Blanc. Wie sollen wir das öffnen? Jalareien oder? Ja, das Ding ist Roulette. Wären halt drei Nationen. Aber können wir ein Out durchziehen? So, wir haben das Icon Pack auf meinem Account. Wir gehen in ein Roulette rein, wie das typisch ist. Let's go. Das ist nicht schlecht. Das ist eigentlich nicht mal schlecht. Oh. 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 Wir haben das nächste beim Zuschauer. Ich mach sogar ein Note Pack. Für mehr Packluck, Bro. Let's go. Und Bide? Gersinho? Gersinho? Kaka ist auch okay. Ja, der ist zwar eine bessere Karte. Aber Kaka in sich ist auch eine okaye Karte. Würde ich mal behaupten. Der Mann hat auch zwei Icon Packs. Wir gehen rein in das erste. Und wir wollen was Gutes sehen. Jetzt EA. Mach R9 jetzt. Ist ja neu. Ich riech's. Ah. Viera? Uh. Viera Prime. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Hä? Viera Prime kostet nur noch zwei Blatt K? Bro, wie gestört ist das? Wir haben das nächste noch. Wieder Prime. Jetzt Brasilien. Hm. David? David Tresge? Ich hab irgendwie ein bisschen jetzt die Hoffnung grad verloren. Nach den letzten Packs. Wir brauchen irgendwie Brasilien. Prime Icon. Brasilien. Roberto. Roberto Carlos. Hm. Na ja. Okay Jungs. Ich brauche jetzt von jedem von euch eine Prediction Jungs. Nocratis. Ja oder so. Geil. Nächstes Icon Pack auf meinem Mail Account. Wir gehen rein. Ich bin mal gespannt was das würde. Ich mach ein Nose Pack. Komm schon. Einfach ohne Reden rein da. Kommt eh nix. Prime Icon. Brasilien. Pili. So wir gehen rein. Auf meinem RTG Account. Einfach ohne Reden. Ja neun. Für ne Millisekunde hatte ich Hoffnung Jungs. Aber Roberto Carlos ist auch okay. Er setzt nicht so viel Wert, aber der ist okay. So nächstes bei Leeroy. Das ist so krass. Wir haben zwei Icon Packs bei Hürschel. Einfach ohne Reden. Direkt. Okay. Du blickst. Ja okay. Schwer. Nochmal auf dem Neues. Jetzt aber rein da. Mach Brasil. Toti. Van Daza. Ja ist gut. Van Daza ist nice. Eine Million Hürschel. Eine Million Spieler. Und das zweite Ding auch noch rein. Prime. Brasil. Dankreich. Okay. Zweiter ist ein Bruch. Tiori Ori wird geskippt sogar. Der ist echt ein Bruch Jungs. Schade. Okay. Wir haben das nächste Icon Pack. Okay. Wir gehen rein. Prime Icon. Was ist? Garincha. Garincha ist okay. Vielleicht noch eine Million oder so. Wenn du Glück hast. Ich glaube aber eher so Richtung 7000 oder so. Oh what the fuck. Ich schwöre ich komme gar nicht klar auf die Preise. Okay wir haben das nächste Icon Pack. Ach Gott. Bildschirmfreie aber auch mal dann schwer. wieder Prime ey. Bruch. Frankreich. Vera. Ja Vera. Ist auch eher ein L ne. Mittlerweile leider. Mittlerweile auch ein L. So wir haben das nächste Icon Pack. Yay. Jetzt zum Abschluss nochmal gönnen. Prime Icon ist schon Bruch eigentlich. Wie sind die dann? Oh. Sie dann. Prime. Das zum Thema ist schon Bruch eigentlich. Sie dann. Prime ist nice. GG bro. Das zum Thema ist schon Bruch. 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 Untertitelung des ZDF, 2020